Das ist ja schön. Community Gaming und dann Cheater im gegnerischen Team. Awesome! Wo ist er denn, mein lieber Cheater? Ja, wenn Cheater im gegnerischen Team ist, kann man sowieso nichts machen, weil da bin ich sowieso schon voll gelähmt. Keine Ahnung, ich kann da irgendwie nicht umgehen, sobald ich weiß, dass da irgendwas ist. Awesome! Ich hab noch nie jemanden gesehen, der so gut ist. Das ist echt der, der spürt. Das ist also geil mit... Wow! Das sind auch mehrere Hacker, ne? Report, Junge! Report! Ich glaub nicht, dass das was bringt. Egal, ich lief mal, ihr könnt ja nachliefen, wenn ihr wollt. Und wir machen jetzt mal eine kleine Runde, also mit sechs Leuten nur. Also, versucht euch zu beeilen! Wuhu! Lauf, 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 lauf! Run, run! Äh, was? So, wir gucken, wie schnell die Leute joinen jetzt. Bam, 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 bam! Okay, vier. Okay, vier. Fünf. Dann müssen wir gleich direkt Start machen. Ihr seid die glücklichen Auserwählten! Hahaha! Ja, die Leute können jetzt auch noch... Ja, wir haben eine Lucha-Stange Lucha. Hahaha! Ja, die Leute können jetzt auch noch nachjoinen. Ja, gut, die Leute können jetzt auch noch nachjoinen. Dann ist ja... Sind sie im gegnerischen Team. Das heißt Asset Community Gaming vs. Part 1. Hahaha! Ich hab mal dem Wolverine geschrieben. Jetzt hat er geantwortet. Jetzt hat er geschrieben. Ich hab geschrieben, Mane, die sind vortraue ich, dass du nicht da bist und ich fühl' mich einsam! Und jetzt hat er geschrieben. Ich kanns doch nicht ändern! Ja, sagst du ihm, dass ich warte, dann macht der Frechne! Hahaha! Jut, mach ich! Mach ich, sag ich dir! Mach ich, sag ich dir! Hau, hör auf, frechne, ihr missgeboten! Hohoho, nett, nett! Du, jetzt tun wir auch schwul, ey! Hau, halt, das war mal für Fresse! Hahaha! Oh ja, meine Warfare-Flame! Ok, witzig, ok, witzig! Jetzt sind wir Was ist Modern Warfare 3 ohne einen anständigen Flame? Der Vulvin macht das auch gerne. Der flammt auch einfach so Leute, der steht da voll drauf. How to annoy people in Black Ops. Hoffentlich haben wir jetzt nicht wieder Cheater im Spiel. Das würde mich richtig abfacken. Wo sind sie denn alle hier? So, mein erster Kill auszu... Du hast mir auch noch welche übrig. Also, Kill confirmed. Schön einsammeln meine Freunde, schön einsammeln. Ja, jetzt habe ich geredet, war ja klar. So. So mag ich das. Punkte, Punkte, Punkte. Juhu. Nein. Ja, so mag ich das. Jetzt geht es auch mal ein bisschen bergauf hier. Muss ich mir erstmal wow an das Spiel wieder gewöhnen. So. So, ein bisschen beruhigen hier mal wieder. Ein bisschen schlafen. Wir räumen mal hier ein bisschen auf, ne? Junge, Junge, Junge. Mal still, ey. Abschuss bestätigt. Ach, die haben den... Was ist denn mit meinem Team plötzlich los? Äh, Leute. Jetzt rasten die mal hier richtig aus. Oh, verstecken. Was ist denn mit euch plötzlich los? Ja, rastet ja mal übelst aus. Hat euch die Beleidigung eben ja fertig gemacht. Müsst ihr jetzt hier mal zeigen, was dann geht. Ja. Ja. So mag ich das. Motivierte Community, Leute. Ach. Scheiße, ey. Wieso? Ich hab mir ein Zemp hier eingeführt. Ich hab mir ein Zemp hier eingeführt. Jetzt geht das. Hahaha. Awesome. Na, scheiße. Awesome. Na, scheiße. Wir müssen jetzt eigentlich mal von hier kommen, oder? Oh, will er mich verarschen? Nein. Oh, das war aber... Da bin ich der dumme Asset gewesen. Fünf. Genau. Genau. Haha. Ey, mein Team... Ich komm mir vor wie so ein VIP und mein Team rastet voll aus und opfert ihr Leben und... Hehehe. Wie geil ist das denn, ey? Ich werd angeschossen, dann kommt direkt ein Typ, ein Kollege und dann rastet der... War da nicht eben einer? Abschuss bestätigt. Abschuss bestätigt. Abschuss bestätigt. Oh, die hätte ich jetzt so schön ownen können. Aber nein. Ich war so ange... angekratzt. Die müssen auch... Ja, die gehen jetzt alle dahin. So mag ich das, meine Freunde. So mag ich euch, meine Freunde. So mag ich euch. Ich bin sogar Erster, ey. Was geht denn hier ab? Okay, da kommt jetzt jemand hier. Was war das denn? Jetzt hast du gesehen, der ist gegen die Wand gelaufen, ey. Warum? Warum? Warum macht man sowas? Oh. Dieser Xeno ist der einzige. Ja, der ist gut. Der legt sich sogar mal hin. Krasser Shit. Yay! Sieg! Gut gemacht. Get off. Get off. Ah, ja. Auch MP7, ey. Guter Junge, guter Junge. Get off, ihr Bitches. Hahaha. Hast du mich noch überholt am Ende? Ich glaube es nicht. Da ist erstmal Kick Bun, ne? Nein, Spaß. So mag ich das. So habe ich mir das Community Gaming auch vorgestellt. Hahaha. Bin ich der Einzige, der Village will? Wir hatten doch eben schon Resistance. Ach komm. So. Nehmt ihr das auch schön alles auf? Äh, natürlich. Ihr seid alle live dabei. Geil. Geil. Oh mein Gott, ich bin jetzt auf. Was habt ihr denn alle dabei? Jetzt hier so. Zum Essen oder zum Trinken. Also ich habe de Cola, de Mezzo und Kinderriegel. Oh, du bist doch ein Spaß. Ich hab Kinderriegel. Lutschen, bis das Weiße kommen. Ich verstehe den Wissler nicht so gut. Chips. 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 Auf Chips stehe ich nicht so. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Außer Pringles. Hier ist ein Dude. Was ich auch cool finde, sind Nick Nacks oder sowas. Nice. So. Ach, ich nehme nochmal die hier. Und dann für die nächste Runde nehme ich eine andere. Ja, also ich esse auch eigentlich nicht so viele Chips vor dem PC. Ja, jetzt kommt es raus. Ja, ich kenne den in real life. Der ist übelst fett, man. Der ist so fett, man. Der fällt von beiden Seiten aus dem Bett, ey. Nein, meine Abonnenten sind alle richtig Playboy, Checker, Bonnie und so. Ja. Ja, Wulwin, der ist auch voll fett. Jetzt ist er ja nicht hier, jetzt kann ich über ihn lästern. Ich habe noch nie so einen fetten Menschen gesehen. Ich glaube, der ist Rekordhalter im fettsten Arsch der Welt. Ich brauche zwei Paar Shots und Bremse. Jo. So. Hier war doch eben einer. Ja, den meine ich. Wow. Wow. Awesome. Da kommen noch mehr. Wechsel wir mal hier ein bisschen. Andere Action. Ah, jetzt hat er mich schon eingekillert, glaube ich, noch gebraucht für The Predator. Oh, wow, wow. Jetzt rastet mein Team aber aus. Was ist denn mit dem plötzlich los? Eben haben wir hier um unser Überleben gekämpft, dass es nicht zu peinlich wird. Und jetzt ziehen wir die ab mit 15,5. So, machen wir mal einen hier. Da habe ich auch mal ein paar Punkte gekriegt. Ich will ja nicht so abfallen. Ah, Kingsquad mit. Was ist das so für eine Waffe? Egal. Was ist das denn für eine Waffe? Egal, der darf das. Ihr dürft das alle. Ihr dürft mich töten. Ihr könnt auch ein Video davon machen, wie er mich tötet und auf YouTube hochladen. Und dann könnt ihr das als Video alle... Genau, genau, genau. Das ist eine gute Idee. Ey, Leute. Ihr könnt auch ein Video machen, wie ihr mich tötet. Und dann könnt ihr das als Video-Antwort posten. Und dann erlaube ich das. Und dann können wir eine Ansammlung davon machen, wie ihr Acid getötet habt. Das ist doch super. Jetzt wechselt gleich plötzlich alle das Team. Ich merke das schon. Ja. Ja, das ist doch scheiße. Das ist doch scheiße, hä. Ich verstehe den Whistler irgendwie voll schlecht Whistler, ich verstehe dich irgendwie voll schlecht Also wenn irgendwas wichtig ist, schreib mal lieber bitte Hier müsste jetzt mal jemand kommen, oder? So, nach meiner Kalkulation Na gut, verkalkuliert Da unten sind ein paar Ich schleife mich mal hier rum und werde jetzt direkt getötet, bestimmt Sind sie denn alle? Leute, Leute Ja, super Also irgendwie ist es arschlangweilig gerade hier Ich töte ja niemanden Ja gut, und schon ist der nächste tot Ich bin ja mitten im Gegnerspawn und hier ist kein Schwein Ey, können mich alle verkackeiern Was ist das denn da? Ach, von oben auch noch Ich bräuchte mal eine Drohne, wenn jemand hat Wow, das Teamplay Das ist Teamplay Ich könnte weinen von Freude So, da kommt noch einer Wartet aber da So eine Drohne ist schon was Nices Nices So, da müssen noch mal ein paar kommen hier Die Spawns